einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze schöne große weite welt heute ist montag der 24 juni 2024 und wenn ich aus dem wetter schaue aus dem fenster schaue dann würde unser wetterfrosch andreas sagen der see changiert grau und man sieht ihn kaum wie sieht es denn bei dir aus lieber andreas guten morgen guten morgen ich freue mich natürlich dich zu hören und das ist ja jetzt die nach dieser sendung noch zwei wo wir ohne titelmusik anfangen werden dann geht das ja wieder los das noch mal vorweg die fehlt mir eigentlich immer so ein bisschen unsere unsere anfangs jingle wie man hier heute neudeutsch sagt aber zum wetter ja wir haben hier im moment tatsächlich schönes wetter blauer himmel und schäfchenwölkchen und alles ist gut und ja es sind so um die 22 grad schätze ich mal die wir heute erwarten also heute ist es mal umgekehrt mit den vorzeichen und das ist auch mal ganz schön hast du ja auch mal verdient das wobei du hast es ja wirklich auch erwartet und auch gehofft fällt mir gerade ein mit dem wasser dass da die pflanzen natürlich was bekommen ja das erspart mir eine ganze menge arbeit was die hochbeete angeht wir hatten hier wirklich und das ist ja das was eigentlich das interessante ist die wetter vorhersage von hier weil du verrätst ja gerade wieder nicht wo du bist lieber andreas kann ja überall sein das ändert sich auch ändert sich auch heute noch zweimal also ich habe heute noch zwei reisen vor mir also insofern ist das alles kein thema bringt auch nichts mit fliehenden fliegenden mantelspitzen reist er durch den kontinent genau von einem hotel ins andere ja andreas wir haben gestern du hast das video dir angeschaut ich auch eine rede von dr hans joachim maz dem psychotherapeuten psychiater und einer er ist einer der weisesten köpfe zur heutigen zeit und der hat ein wunderbares zitat von goethe gebracht das wirklich ich meine das ist vor ja vor fast 200 jahren gewesen und das passt so gut heute wie damals du hast das glaube ich auch vor dir das zitat ja soll ich es lesen ja du liest du liest ja eigentlich besser aber ich habe sie ja und das hat mich natürlich auch berührt weil es so wahnsinnig aktuell ist und wäre ja auch in deutschland kaum irgendwelche bronze figuren von goethe oder schiller oder anderen großen figuren haben das unterscheidet uns von anderen ländern wo man figuren findet in den städten auf den marktplätzen auf die man stolz sein kann also er sagte goethe man muss das wahre immer wiederholen weil auch der irrtum um uns herum also immer wieder gepredigt wird und zwar nicht von einzelnen sondern von der masse in zeitungen und enzyklopädien auf schulen und universitäten überall ist der irrtum obenauf und es ist ihm wohl und behaglich im gefühl der majorität die auf seiner seite ist das ist ein zitat aus einem gespräch mit peter eckermann sind ja auch berühmte schriften und andreas im gefühl der majorität die auf seiner seite ist genau das ist es ja zurzeit in vielen regierungs und ermächtigungsinstitutionen regiert die majorität weil sie derzeit die verfügungsgewalt hat ob die dinge richtig sind oder nicht richtig sind ist es das was menschen sich manchmal ohnmächtig fühlen lässt ja natürlich das merke ich schon weil natürlich auch ein innerer konfliktgeist weil jeder spürt auch wenn er zur majorität gehören will mangels liebe er will irgendwie mit dabei sein normopathie wie herr marz das ganze so nennt wir kennen ihn ja nun auch gut und das sind eben halt diese dinge die innerlich etwas auseinander werfen und ich merke das gerade im moment ich habe sehr spannende gespräche gerade mit personen die sich auch im militärischen bereich sehr gut auskennen um es mal ganz vorsichtig darzustellen und habe mit denen zu tun und sehe so gerade wie die entwicklungen in europa gerade stattfinden was so die rüstungssituation anbelangt die gefechtsköpfe und all diese dinge die ja so transportiert werden da laufen ja viele dinge ab die mit menschen laufen die hinter den großen mauern irgendwelcher kasernen oder lager oder bunker sind wo dann letztendlich einlagerungen stattfinden und auf der einen seite die offizielle situation wir sind ja in der situation dass wir uns vorwärts verteidigen müssen früher hat man dazu übrigens angriff gesagt aber heute nennt man es vorwärts verteidigung und das heißt also die menschen die diese arbeiten dann machen müssen und die haben diese munition in der hand die sind natürlich dann in einem zwiespalt gegenüber der offiziellen darstellung und dem was sie tun müssen und aber ich werde darüber reden erst wenn ich wieder in sicheren gefilten bin schade ich hätte jetzt gerade gedacht jetzt kommen so ein paar infos worauf wir alle warten und dann vertröstest du uns wieder aber gut vielleicht aus sicherheitsgründen ist es besser ich denke mal schon zumal ich ja noch ein bisschen was vorhabe ja was immer das bedeutet euch geht es genauso wie mir wir verstehen es nicht ganz herr popp redet in rätseln aber die sind wichtig die rätsel zurzeit du bist ja nächste woche dann auch wieder hier andreas und dann können wir vielleicht ein bisschen tiefer in die thematik einsteigen ich möchte mal gut da habe ich gut ich möchte mal anfangen mit einer guten nachricht denn es ist vorerst die chat kontrolle in der europäischen union gestoppt worden jedenfalls das gesetzt dazu die europäische union hatte das ja vor dass die inzwischen sehr umstrittene chat kontrolle eingeführt werden sollte aber der rat der europäischen union hat die abstimmung vertagen müssen und das thema wurde ganz kurzfristig am 20 juni also letzten freitag von der tagesordnung genommen und es hatte ja in brüssel zuletzt so ausgesehen andreas als sei zumindest eine vorläufige einigung auf die chat kontrolle möglich deswegen war diese abstimmung geplant und das wäre natürlich für alle die bei whatsapp 3ma auch telegram sind ziemlich fatal gewesen ja also das ist natürlich jetzt erstmal eine wirklich gute nachricht dass man hier diese total kontrolle die ja immer damit zu tun hat dass auch eine generalverdacht ein generalverdacht gegen über jedem menschen besteht das heißt also dass man bei jedem normalen bürger voraussetzt oder unterstellt dass er kriminell ist terroristischen vereinigungen angehört und so weiter wobei man natürlich heute weiß dass die wirklich terroristischen vereinigungen die gefährlich sind mit sicherheit dann nicht mit diesen alternativen medien unterwegs sind oder sich mit whatsapp oder mit anderen dingen whatsapp ist ja nun bekannt dass das ein ding ist was sowieso permanent durch überwacht wird deshalb würde ich es persönlich auch nie mehr nutzen und wir natürlich noch auf telegram noch in einer halbwegs sicheren seite sind aber diese art und weise die da jetzt vorgelegt wird ist natürlich eine katastrophe und geht völlig an den eigentlichen problemen vorbei wo auch die gefahren für die bevölkerung herkommt es geht ja um die unterdrückung und um die untenhaltung der bürger selbst ja also offiziell heißt es dass dieses gesetz notwendig ist um eben alles was mit dem kinderschutz zu tun hat zu gewährleisten also die aufspürung von kindes missbrauch das war die begründung und die innenkommissarin ilva johansson hatte im mai letzten jahres vorletzten jahres schon vorgeschlagen die internetplattformen gesetzlich zu massenhaften ausspähen privater chatnachrichten zu verpflichten und dagegen waren natürlich viele und dieses geplante gesetz ermächtigt oder würde ermächtigen zu einer fast lückenlosen kontrolle sämtlicher versendeter bilder und videos praktisch aller messenger dienste vielleicht auch sprachnachrichten und die datenschützer also der bundesdatenschutzbeauftragte ulrich kelber der hatte schwer kritisiert und gesagt diese sogenannte chat kontrolle bietet kaum schutz für kinder wäre aber europas ganz kurz wäre aber europas einstieg in eine anlasslose und flächendeckende überwachung der privaten kommunikation es wäre ein brandgefährliches signal in die verkehrte richtung natürlich ist es eine verkehrte richtung und diese geschichte mit dieser sexualität und missbrauch das ist ja nur vorgeschoben das kann nur vorgeschoben sein die brauchen nur in eine ganz normale grundschule gehen und sich da männer in strumpfhosen und in strapse angucken die da vor kleinen kindern irgendwelche queer theater aufführen mal ganz ehrlich jetzt also da werden sie fündig was sexuelle früh sexualisierung und auch körperlicher und sexueller missbrauch an kindern anlangt also es ist ja eine solche absurdität in dieser zeit wo man uns erklärt dass es mehrere geschlechter gibt als zwei und wer derjenige der sagt es gibt zwei biologische geschlechter der ist dann quasi ein ein wie nennt man das denn leugner von ich weiß gar nicht mehr was und diese absurdität ist ja irre und diese früh sexualisierung die wir ja momentan stattfinden haben offiziell die schulbücher all diese dinge die wir haben sind ja eine solche verwerfung und ein solcher kindes missbrauch und jetzt kommen sie damit und sagen dass da einer kinder bilder verschickt oder oder nackt bilder das ist ja noch eine andere form der pädophilie aber unterm strich gesehen gehört das für mich alles in diese kategorie das ist meine persönliche meinung ausrufezeichen ja die kann auch so stehen bleiben finde ich also da ist vieles dran was man nur unterschreiben kann als seine eigene persönliche meinung und das sind natürlich dinge die seit jahren passieren es ist oft sogar die bundeszentrale für politische bildung die wenn ich mich nicht irre dem bundesfamilienministerium untersteht die auch heftere herausgibt für erzieher und für menschen die sich mit kleinen kindern beschäftigen die so schlimm daneben sind mit ihren empfehlungen also praktisch aufrufen zur sexualisierung der kinder dass es einem ganz schlecht wird auch ursula von der leyen damals als krippenministerin ich glaube 2006 2007 herum war das hatte so eine broschüre rausgegeben also es war unter ihrer egide passiert und damals gab es aus katholischen kreisen aus familienschutz kreisen einen aufschrei und sie musste dieses heft vom markt nehmen aber das dunkle hat sich durchgesetzt leider und inzwischen ist das gang und gäbe da hast du vollkommen recht also wenn eine kirche zu ihrem kirchentag überschreibt gott ist woke und dann kommen diese ganzen dinge die wir dort hören und da laufen dann im prinzip leicht bestrumpfte männer mit strapse beispielsweise aus dem eingang einer kirche die treppe runter und dann fängt man an und erzählt man will uns vor kindesmissbrauch sexueller art schützen dann ist das wirklich ein schlag ins gesicht wir haben mittlerweile eine staatlich organisierte und finanzierte kindesmissbrauch kultur heute ist ja alles kultur schlagkultur messerkultur und so haben wir auch eine kindesmissbrauch kultur erreicht die so übel ist dass einem wirklich nur noch schlecht wird und wenn sie sich dann hinstellen und sagen wir müssen jetzt whatsapp wo wahrscheinlich eher leute von unserem von unserem kaliber dabei sind die sich darüber aufregen dass dieser kindesmissbrauch von staatlicher seite läuft und das soll überwacht werden und da wird dann auch schon eher dann ein schuh raus während du hier ausgeführt hast kam eine eilmeldung rein andreas die hat das portal apollut veröffentlicht russland erklärt usa zur konfliktpartei da würde ich gerne mit dir drüber reden das ist heute passiert da hat das russische außenministerium die us-botschafterin lynn tracy ein bestellt um praktisch den protest moskaus mitzuteilen es geht um den angriff auf sevastopol vorgestern war das und es wurde dieser diplomatin erklärt dass das regime kiew einen absichtlichen raketenangriff auf die zivilbevölkerung durchgeführt habe diese stadt sevastopol ist auf der krim dutzende menschen wurden verletzt einige getötet und viele davon waren kinder und sind kinder viele verletzte auch man spricht von streumunition das ist ja eine munition die schwere verletzungen verursacht also ein ziemlich brutaler angriff und völkerrechtlich verbotene munition das muss man auch mal ganz klar dazu sagen die ist völkerrechtlich verboten weil sie eben halt so brutal und rücksichtslos ist und vor allem als ziel den kollateralschaden hat also möglichst massenverletzungen hervorzubringen ob das nun direkt diese in sevastopol geplant war diesen strand anzugreifen wo menschen dort quasi ihren urlaub gemacht haben und in der sonne gelegen haben das kann ich nicht beurteilen weil es waren ja wohl mehrere waffen die abgeschossen wurden dieser art und diese us amerikanischen waffen offenbar auch von us amerikaner diese ata cms oder so wenig wie die heißen ata mcs ich weiß gar nicht diese attacks ja ich würde sie attack ms aussprechen ich weiß okay ich weiß nicht wie die bin da nicht so waffen affin aber ich will damit nur sagen das sind ja sehr komplizierte waffensysteme die offenbar auch nur von us soldaten programmiert werden dürfen und diese internen daten eben halt nicht an andere weitergegeben werden an so an ukraine das heißt hier ist offenbar ein us angriff gelaufen aber natürlich auch mit billigung der ukraine also wenn ich mir vorstelle dass kiew auch als ziel hat die krim wieder zurückzuholen weil sie sagen das ist ihr land und das sind ihre bürger dann weiß ich nicht warum sie gegen ihre eigenen bürger schießen das erinnert mich an 2014 als die jäfer mit bomben beispielsweise und raketen auch ihr eigenes land beschossen das war ja der beginn des ukraine krieges als man die ost ukraine angegriffen hatte mit raketen und so weiter und das ist eben diese politik die man da jetzt auch insgesamt erkennen kann und wir merken dass die ukraine wirklich geopfert wird zugunsten dieser geopolitischen interessen der usa und das ist jetzt wieder so ein weiteres beispiel ja hier heißt es dass moskau also festgestellt hat dass washington handlungen darauf zielten pro nazistische behörden der ukraine zu weiteren kämpfen bis zum letzten ukraine aufzufordern indem ihnen angriffe gegen ziele tief auf russischem territorium erlaubt würden und das würde man nicht unbestraft lassen das außenministerium in moskau äußerte gegenüber frau tracy dass vergeltungsmaßnahmen unbedingt folgen würden wie ordnest du das ein naja also das glaube ich schon die situation mit diesen pro nazistischen nazistischen nicht nazistisch sondern pro nazistische behörden da geht es ja tatsächlich darum dass man immer wieder zurückgreift auf die geschichte des zweiten weltkrieges wo die ukraine ja zweigeteilt war die eine hälfte hat für das dritte reich gearbeitet war auch im holocaust mit stark involviert die andere hälfte der ukraine hat sich auf die russische seite geschlagen und gegen die nazis gekämpft und dieser alte kampf ost west ist ja nach wie vor vorhanden das ist den meisten leuten gar nicht klar wie die geschichte auch der ukraine ausgesehen hat oder dieses teils den man heute ukraine nennt oder auch dann irgendwann als ukraine erklärt hat und ich denke mal schon dass man hier natürlich nach wie vor noch die gegnerschaften im eigenen land welches ja 91 entwickelt wurde dass die natürlich noch da sind und dass da natürlich auch diese pro nazistischen behörden das also aus der west ukraine dann in richtung krim zum beispiel gegen ihre angeblichen landsleute sogar bomben schmeißen das ganze ist eine ziemlich absurde geschichte und eigentlich könnte man hier hervorragend eine geschichtsanalyse machen darf man leider nicht weil man dann ist man selber gleich in einem komischen lichtern und jetzt entwickelt sich daraus natürlich dieser neue bürgerkrieg den wir hatten der krieg ist ja nicht nur russland gegen ukraine sondern der krieg ist ukraine innerhalb also ein bürgerkrieg wo die russen und die amerikaner auf beiden seiten partei ergriffen haben der münchner merkur schreibt die von den usa gelieferten himas und attack ms raketen sind für den militärischen druck gegen russland auf der halbinsel krim von entscheidender bedeutung die raketen erlauben es dem ukrainischen militär in diesem ukraine krieg ziele aus der ferne effektiv unter beschuss zu nehmen und jetzt hat sich zu diesem zu diesem anlass der ehemalige russische präsident er ist auch ein enger putin verbündeter dmitry medvedev geäußert und er hat wohl offiziell einen ziemlichen wutausbruch hingelegt in einem beitrag im bei telegram hat er für diesen angriff bei dem 151 menschen verletzt sein sollen und etliche tote die zahl ist noch nicht ganz klar hat er eben die usa verantwortlich gemacht und hat sie bezeichnet wörtlich als die bastarde aus den usa die mit streumunitionen kiew ausstatten und dabei helfen diese raketen auf bestimmte ziele zu führen und er schrieb weiter die bastarde aus kiew hätten bewusst den strand als ziel ausgewählt beide werden in der hölle brennen das war sein zitat und er sprach von einem niederträchtigen terroranschlag gegen unser also das russische volk andreas es klingt alles ein bisschen in die richtung dass das für großen ärger sorgen könnte jetzt ja das spielt ja natürlich eine rolle dieses guter kopf böser kopf also wir haben auf der einen seite den besonnenen putin so würde ich ihn mal bezeichnen und auf der anderen seite den hitzkopf medvedev ich habe das gefühl das gehört aber auch mit zu diesem propagandaspiel wir haben das in deutschland ja im prinzip auch wir haben wenn ich mir die bildzeitung aufschlage und sie die überschläge dann sehe ich natürlich auch entsprechende vokabeln die mich dann durchaus erinnern daran da wird also nicht gesprochen von einem von einem präsidenten oder von irgendeinem staatsführer sondern da ist immer despot da ist immer terror da ist immer irgendwie diktator davor und dasselbe macht hier in kleinem rahmen eben halt auch medvedev das gehört also zu diesem spiel glaube ich und das würde ich gar nicht mal überbewerten aber insgesamt gesehen ist es tatsächlich eine äußerst gefährliche geschichte und usa bringt sich damit in den krieg rein und ich habe so das gefühl dass die dass da auch in den usa eine riesen kampfbereitschaft untereinander ist weil auch dort eine extreme zerstrittene situation ist wir dürfen nicht vergessen dass im weißen haus nicht die entscheidungen gefällt werden sondern verkündet werden und ich glaube in den hintergründen diese macht netzwerke die ja wirklich abgrundtief rücksichtslos arbeiten dass diese rücksichtslosen netzwerke intern untereinander auch zerstritten sind sie wissen sehr wohl genau dass wenn die gesamten waffen arsenale der atomwaffen zum zugekommen selbst wenn beispielsweise die usa stärker bewaffnet ist und zwar um ein vielfaches die usa hat ja 40 prozent alleine ihrer rüstungsausgaben gegenüber allen anderen nicht nato staaten das heißt das heißt also das ist eine solche dimension die die größenordnung haben und deshalb glauben sie dass sie unverwundbar sind zumindest glauben dass einige aber einige haben auch längst schon verstanden das kann nicht funktionieren und wenn dann wirklich mal ist zu einem atomschlag käme dann würden auch die großen mächtigen die ihre vermögen schon an die seite gepackt haben die würden dann auch eben in der atomschmelze dann mit untergehen und das wissen die und aus diesem grunde wird es da auch schwere streitigkeiten geben man merkt hier läuft was aus dem ruder ich möchte es aber trotzdem noch mal wiederholen was das russische außenministerium dazu gesagt hat also weil du sagst soll man nicht zu hoch hängen wenn er wütet der medvedev die haben geäußert dass unbedingt vergeltungsmaßnahmen folgen würden und dass die nicht angenehm sein dürften das ist auch klar völlig klar das ist das was ich meine man muss einfach nur den unterschied sehen was die was die wortwahl anbelangt diese bastarde aus den usa und dass das außenministerium sagt okay das ist eben halt die diplomatische sprache es wird dann eine vergeltung geben und diese vergeltung wird eine wiederum eine vergeltung auslösen aber wir merken eben halt es schaukelt sich dann hoch und zum schluss weiß keiner mehr wer hat eigentlich angefangen und deshalb ist die geschichtliche analyse so wichtig und wir müssen immer wieder über 2014 sprechen oder auch 2009 wie also im prinzip durch die entsprechenden geheimdienstlichkeiten des westens die ukraine erst einmal gefügig gemacht werden musste und 2014 übrigens ein präsident widerrechtlich aus dem parlament gejagt wurde unter ausländischer wirkung der sich ganz klar gegen eine nato gegen einen nato beitritt ausgesprochen hat und deshalb musste der weg und dann wurde eben halt ein eigener eingesetzt das ist wichtig dass wir die zusammenhänge nie vergessen weil ursache und wirkung nachher völlig verschwimmen wenn es dann tatsächlich zur eskalation kommt und das ist die grundlage für friedensgespräche ja also inzwischen dürfte ja vielen klar sein dass die ukraine schwere einbußen erlitten hat sowohl was die technik was die maschinen angeht was das kampfmaterial munition angeht aber eben auch was die menschen angeht die da noch überhaupt kämpfen können und es gibt einen kommentar von dem amerikanischen politologen john mersheimer der ist immer schon kritisch gewesen was das ganze mainstream wording angeht aber er ist einer den man sich trotzdem immer wieder anhört in den vereinigten staaten von amerika er ist nicht jemand der jetzt in alle talkshows eingeladen wird aber sein wort hat schon gewicht und das ist hier von der berliner zeitung ein artikel mit der überschrift ukraine doppelpunkt wir werden diesen krieg endgültig verlieren und das ist eben john mersheimer der kein gutes ende des ukraine krieges prophezeit und auch nicht alleine mit dieser nachricht mit dieser meldung und meinung steht er sagt wörtlich wir verlieren territorien wir verlieren die besten leute wenn keine schlussfolgerungen gezogen werden keine aufarbeitung der fehler erfolgen werden wir diesen krieg endgültig verlieren und die äußerungen gehen viral übrigens gibt es dazu dann auch einige zustimmende kommentare andreas es ist es nicht auch zeit dass so etwas mal öffentlich diskutiert wird dass es doch so nicht weitergehen kann ja natürlich ist das zeit vor allem weiß ja jeder dass wir die vielen hunderttausend toten die bereits zu verzeichnen sind hätten nicht sein müssen wenn man vernünftigerweise die sachen bearbeitet hätte und wir haben hier mittlerweile eine weltweite ein muster zu erkennen wenn wir uns alleine die coronapolitik ansehen wo man dann eigentlich wusste wie die situation sein wird und man hat wieder besseren wissens eben entschieden gegen die menschen die den schaden haben genauso ist das bei der anderen kriegsführung wo es nicht durch die nadel läuft sondern eben mit munition geschossen wird und da werden dann eben halt länder regelrecht geopfert im interesse der geopolitischen strategischen interessen und die anderen gerade jetzt die deutschen zum beispiel die ja nun auch federführend sind bei der sogenannten unterstützung was ist das für eine aussage wir wollen die ukraine unterstützen und sehen dann von mersheimer diese argumentation die nicht neu ist für jeden insider jeder weiß das eigentlich aber da heißt es wir müssen helfen wir müssen waffen liefern da werden völlig unfähige planlose menschen wie ein herr hofreiter entschuldigung aber der ist planlos der einfach nur sagt wir müssen da waffen hin liefern ohne ein konzept ohne eine strategie ohne ein ziel zu benennen hauptsache irgendwie waffen hin und helfen und daran merkt man eben halt wenn man solche intellektuell wachen persönlichkeiten ans mikrofon lässt und dann noch in diese reinreden lässt dann entstehen genau diese verwerfungen die wir hier haben und das gehört ja alles damit zusammen und gerade auch deutschland macht sich immer schuldiger durch eine frau strack zimmermann und wie sie alle heißen also es gibt mehrere stimmen die herrn mersheimer direkt und indirekt zustimmen hier in der berliner zeitung wird auch der ukrainische militär dimitri kuchatschuk zitiert das soll wohl gerade viral gehen was er geäußert hat sagt die berliner zeitung in ihrem aktuellen bericht über die innen ansichten des bataillons kommandeurs der ukrainischen armee und demnach also das sagt herr kuchatschuk stehe die kritischste phase des krieges unmittelbar bevor entgegen dem im westen vorherrschenden eindruck herrsche jedoch in der ukrainischen gesellschaft keineswegs einigkeit über das weitere vorgehen gegen die militärisch überlegenen russischen streitkräfte und auch vor diesem hintergrund ist es verständlich dass es signale gibt wonach sich kiew ganz sachte wie es hier heißt dem westlichen druck für diplomatische initiativen öffnet gespräche mit russland eben nicht mehr kategorisch auszuschließen sondern kremlvertreter in zukünftige verhandlungen einbeziehen zu wollen und der leiter des präsidialamts in der ukraine er ist auch selensky berater andre jermak der soll laut berliner zeitung eine art graue eminenz in kiew sein der sagte jetzt die ukraine wolle für eine breitere unterstützung auch russland mit einbeziehen wörtlich wird er zitiert mit dem satz wir denken dass es möglich sein wird einen vertreter russlands einzuladen und damit bestätigen sich die einschätzungen die erst vor wenigen tagen eben von john mersheimer zu lesen waren ja es ist ja das logischste von der welt das haben wir gesehen an dieser friedens konferenz in der schweiz wo die schweiz sich wirklich keinen gefallen gemacht hat und sich wirklich auch lächerlich gemacht hat weil man will eine friedens konferenz und ein der wesentlichste partner davon wird nicht eingeladen das ist wie wenn ich zu einem eheberater gehen weil meine ehe nicht läuft beispielsweise und der eheberater sagt alles klar sie lasse ich da jetzt außen vor ich will nur mit ihrer frau darüber sprechen und wir klären das dann alles und wir sagen ihnen dann wie das in zukunft zu laufen das wäre so ungefähr die situation und so kommen die jetzt so langsam aus diesem wahnsinn raus noch mal zu kiew zurück wenn man von kiew spricht spricht man nicht von der ukraine sondern eben halt nur von einem teil und das was dort gerade gesagt wurde dass die menschen die dort leben keineswegs einigkeit haben ja natürlich nicht weil da gibt es eben halt die kiefer gruppierung und pandera beispielsweise spielt dort eine ganz große rolle das ist eine geschichtliche figur aus dem aus dem zweiten weltkrieg dann haben wir auf der anderen seite eben halt die bereiche die polnisch noch letztendlich sind die galicia die dort noch existieren die rumänen dann eben halt die russischen und die sprechen ja auch verschiedene sprachen also von einem einheitlichen volk zu sprechen geht schon nicht man kann nur von einer nation sprechen weil man die gemacht hat das ist ja keine frage und da kommen auch unterschiedliche sichtweisen raus und wenn die leute da weg sterben wie die fliegen ich meine dann sagen die leute irgendwann kinder das muss doch mal aufhören ja also es scheint auch wirklich etwas bewegung da rein zu kommen und was sagt mersheimer in dem gespräch mit der berliner zeitung noch das möchte ich noch ganz kurz anmerken also seine einschätzung der globalen krisenherde er rechnet eben in der ukraine mit einem wörtlich hässlichen sieg der russen ohne konstruktiven frieden werde der konflikt nur eingefroren und russland werde einen guten teil des ukrainischen territoriums annektieren und mersheimer wiederholte eine seiner hauptthesen in diesem interview wonach die westliche von den usa vorangetriebene politik die hauptverantwortung für den ukrainekrieg trägt ich meine das steht in der berliner zeitung die bislang nur also sagen wir mal nicht so oft aufgefallen ist für eine neutrale und objektive berichterstattung aber das hat sich in der letzten zeit ziemlich verändert dort und es heißt hier in seinen aussagen die nato erweiterung und insbesondere der wunsch die ukraine in die nato aufzunehmen waren die hauptursache für den ukrainekrieg und was die ukraine betrifft sei joe biden ein super falke was denn damit gemeint also auf mich wirkt er gerade nicht wie ein super falke nein aber das ist eben halt die die er vertritt auch wenn er eine kranke figur ist vorne an der spitze aber unterm strich gesehen natürlich auch diese neokons letztendlich mitsteuert und damit natürlich massiv beeinflusst man muss doch einfach mal logisch an die sache herangehen das versucht die berliner zeitung aus meiner sicht hervorragend wir haben hier zwei widerrechtliche fälle die wir aus deutschland beobachten können in der ukraine wir hatten 2014 einen widerrechtlichen putsch der durch den westen organisiert war durch die usa und damit die ukraine in eine schwere verwerfung gebracht hat in einen krieg dann haben wir im zwei jahre 2022 im februar ebenfalls einen widerrechtlichen krieg diesmal durch die russen ausgeübt also um das mal gegenüber zu stellen haben wir hier quasi eine gewisse neutralität der eine hat schwere verfehlungen gemacht völkerrechtlich und der andere auch das wäre doch für uns als deutsche ich bin ja das wäre doch für die deutschen dann so dass man jetzt sagen könnte okay hier wird in einem land die unter als spielball von zwei extremistischen widerrechtlich agierenden organisationen malträtiert wird dass wir uns jetzt für dieses land einsetzen im sinne eines friedens anstatt jetzt gegen usa und gegen russland zu arbeiten und zu versuchen dort frieden für die ukraine zu bekommen sagen wir wir schlagen uns auf die eine seite nämlich der usa und sagen okay die anderen widerrechtlichen dinge die die gemacht haben die ignorieren wir einfach eine ideale voraussetzung um neutral zu sein um damit für den frieden zu sorgen macht keiner das ist das problem ja und er sagt unter joe biden wurde die ukraine schnell zu einem de facto mitglied der nato musste sich ja so darstellen und die russen haben schon 2021 deutlich gemacht dass das für sie inakzeptabel war haben eine verhandlungslösung gesucht aber die regierung joe biden hat sich darauf nicht eingelassen und hier heißt es der westen insbesondere die vereinigten staaten haben kaum etwas getan den krieg zu verhindern wir haben oft darüber gesprochen andreas du hast das alles ähnlich analysiert und eingeordnet und jetzt nachdem wirklich schon vieles am boden zerstört ist kommt eine solche diskussion doch offenbar vorsichtig auf und ich finde das interessant dass hier dann auch in der benelder zeitung von der de facto nato mitgliedschaft gesprochen wird de facto ist ja ein interessanter begriff gerade in der geopolitischen szene wir haben auch de facto regime zum beispiel transnistrien ist ein de facto regime dann haben wir hier eine de facto nato mitgliedschaft das heißt man schafft hier letztendlich fakten die aber letztendlich völkerrechtlich absolut nicht richtig sind also gegen recht und gesetz verstoßen und diese gesetzlosigkeit diese abschaffung der rechtsstaatlichkeit diese völk das völkerrecht zu ersetzen durch regelbasierte ordnungen die im weißen haus entwickelt wurden zumindest bekannt gegeben wurden und dann eben halt im pentagon entwickelt wurden das ist die absurdität solange wir keine rechtsstaatlichkeit mehr haben können diese spiele weiter gespielt werden das ist die grundlage für diese vielen widerrechtlichen kriege die da laufen ja wir kommen mal zur nächsten meldung die stammt von antispiegel von thomas röper der ja hin und wieder übersetzungen hier veröffentlicht die das russische fernsehen am abend ausstreit und die machen am sonntagabend offenbar immer so eine zusammenfassung der woche in europa was ist aus deren sicht in europa wie zu bewerten es ist ja auch mal spannend diese seite zu hören und wahrzunehmen weil wir natürlich die seite nicht mehr gespiegelt bekommen in den westlichen massenmedien weil viele russische medien kanäle einfach gesperrt sind röper ist nicht gesperrt deswegen können wir hier reingehen und er hat diesen überblick des russischen fernsehens übersetzt und die überschrift lautet habeck und die fähigkeit europäischer politiker vollkommen überrascht auszusehen ja herr habeck ist nämlich derzeit ja in china und die neuen zölle der europäischen union auf chinesische elektroautos die machen gerade schlagzeilen und als der vorsitzende des chinesischen staatsrates daraufhin kurzfristig sein treffen mit robert habeck dem superminister aus deutschland abgesagt hat da hat habeck in einem spiegel interview wird er damit zitiert geäußert er wisse nicht warum der termin kurzfristig abgesagt wurde und auch andere internationale medien zitieren robert habeck mit den worten er verstehe die absage nicht und hier heißt es diese dreistigkeit und arroganz europäischer politiker einem land erst den handelskrieg zu erklären es dann auch noch mit ultimaten zu beleidigen und danach mit unschuldsmine in die internationalen kameras zu blicken und zu behaupten man verstehe ja gar nicht wie das passieren konnte das wird immer öfter in den weltweiten medien thematisiert ein beispiel dafür war der bericht des deutschland korrespondenten den das russische fernsehen gestern abend in diesem nachrichtenüberblick ausgestrahlt hat um die episode mit robert habeck in china ging es in dem beitrag erst ganz zum schluss denn die politische woche in europa war reich wie es hier heißt an kuriositäten über die der russische korrespondent in seinem beitrag berichten konnte und habeck ist dann hier am ende aber wir gehen hier gleich in den beitrag noch rein andreas eigentlich gehört auch einiges dazu in china zu sein während die eu dann neue sanktionen ausspricht ja es ist schon alles ziemlich absurd also wir haben ja nun im letzten podcast ermittelt durch die aussagen von herrn habeck selbst dass er sich selbst geoutet hat unter einer sippenhaftungspsychose zu leiden also sank ist ganz klar er leidet unter einer sippenhaftungspsychose und er fühlt sich gegenüber seinem urgroßvater in einer konkurrenz situation oder in einer situation der rache hat man das gefühl der irgendein ss funktionär bei einer großen funktion so und das heißt diese rache die zeigt er sich wahrscheinlich jetzt indem er den morgentau plan versucht unterbewusst umzusetzen nämlich deutschland der industrie zu entblößen zu zerstören das heißt also eine deindustrialisierung durch die und industrialisierung durchzuführen herr maz hätte wahrscheinlich seine freude daran diesen mann mal zu untersuchen aber das meist die meisten merken ja nicht einmal wenn sie ihre diagnose selbst bekannt geben und wenn er sich bei diesen zerstörungs wütenden lagen die er gerade macht und diese e-auto geschichte die er jetzt noch sanktionieren will im prinzip durch diesen protektionismus gegen den ich normalerweise nichts habe gegen diese zölle da weiß er natürlich sehr wohl dass er damit vor allem die deutsche industrie schädigt nämlich bmw und so weiter die natürlich dann damit rechnen müssen dass china genau dieselben wege gegen deutsche autos einführt und das ist der wichtigste absatzmarkt für die deutsche auto industrie eigentlich ist das nochmal so ein weiterer messerstoß wir haben ja diese messerstecher kultur und das haben wir auch übertragen gesehen wo man die großen deutschen automobilkonzerne zerstören will und wenn er sich dann dahin stellt in seiner unschuldmine ahnungslos und offen schwer krank er hat sich selbst krank erklärt geistig auf jeden fall behindert dass er dann weiter diese funktion ausüben kann das ist für mich das unfassbare eigentlich an der ganzen geschichte wir wollen mal gucken was da sonst noch berichtet wurde gestern abend im russischen fernsehen ja man bezieht sich auf die heutige sitzung des rates der europäischen union wo das 14 paket antirussischer sanktionen verabschiedet werden soll also das 14 jetzt die ersten 13 pakete heißt es hier haben europa selbst mehr schaden zugefügt als russland und die wirtschaft in russland sei letztes jahr um 3,6 prozent gewachsen wörtlich wir erwarten auch in diesem jahr ein wachstum das kann man über die volkswirtschaften der eu nicht sagen die stagnieren oder ins minus gehen und es gibt auch keinen grund zu erwarten dass das 14 paket daran etwas ändern wird und das flugverbot für privat flugzeuge von russland nach europa wird 99 prozent der russen definitiv nicht betreffen das problem ist einfach dass die medien genauso wenig wie sie eben ganz klar mal formulieren dass der ukraine krieg verloren wurde und zwar von der ukraine das machen sie einfach nicht sondern sie wollen weiter waffen liefern einfach weil die hilflos sind mit dem rücken an der wand stehen und zugeben müssen dass sie sich geirrt haben im günstigsten falsch oder sich eben halt kaufen lassen haben durch eine propagandafunktion die sie übernommen haben und genauso wird hier eben halt nicht darüber diskutiert dass diese sanktionen gegen russland eigentlich sanktionen gegen europa sind das sind ja nur verdeckte denn diese sanktionen werden sehr stark von usa mit gesteuert und die führen dazu dass in den usa reindustrialisiert wird die unternehmen in die usa flüchten während in europa letztendlich diese sanktionen zur zerstörung der wirtschaft führen ich verstehe nicht warum das keiner erkennen will dass das der eigentliche hintergrund ist aber könnte es nicht sein dass das schon einige erkannt haben und sie einfach dieses angestimmte lied so lange weiter singen wie es notwendig ist um eben auch am trug weiter futtern zu können richtig das sind die funktionäre das ist das problem und wir sehen dass wir das hauptproblem haben dass der mittelstand ersetzt wurde durch konzerne konzerne sind keine unternehmen das muss verstanden werden und sie werden auch nie von unternehmern geführt das ist der entscheidende punkt der mittelstand waren die garanten der wirtschaftsordnung und die großen industriebetriebe die sind wechselbar die werden somit geld zugeschmissen dass denen das völlig wurscht ist ob ihr eigener laden pleite geht oder nicht weil die fallen immer ganz weich und man kann so wenige konzernchefs das ist ja auch nur eine handvoll natürlich viel besser kaufen und auch steuern als viele millionen kleiner betriebe und deren eigentümer die mit ihren unternehmen auch noch emotional verwachsen sind das sind die auswüchse die wir hier sehen über die energiepolitik ist in der sendung auch gesprochen worden und da heißt es dass die europäer russisches gas nicht einmal ablehnen könnten so sehr sie sich auch bemühen ende mai überstiegen die russischen lng lieferungen also flüssiggas in die eu zum ersten mal seit zwei jahren die lieferungen aus den usa und dabei ist der kauf russischer energieträger über zwischenhändler auf den asiatischen märkten noch gar nicht mitgerechnet ja natürlich das weiß man natürlich auch und diese usa haben ja damals durch diese sanktionen gegenüber russland und auch durch die offensichtliche mitwirkung der zerstörung von nordstream 1 und 2 natürlich geschafft dass man damit ihr viel zu teures gas mit viel zu viel schadstoff emission ich will gar nicht mal von klimaschutz das interessiert doch sowieso kein das ist nur opium fürs volk klimaschutz interessiert weder die politik noch interessiert dass die konzerne das interessiert ausschließlich den politikern die in der macht sind und mit diesem system versuchen an der krippe zu bleiben während das große geld anderswo verteilt wird und dass diese lng lieferungen dann irgendwann ins hintertreffen geraten weil zu viele schiffe gibt es einfach gar nicht um diesen extremen rohstoffbedarf den europa hat trotz der rückfallenden industrialisierung weil die industrialisierung in deutschland fällt offenbar nicht schnell genug zurück der zusammenbruch der wirtschaft geht aus sicht der politik noch viel zu langsam denn wenn es schneller gehen würde dann würde natürlich auch relativ schnell die nachfrage nach den rohstoffen fallen und dann würden die lng transporte eventuell aus usa wieder reichen es ist ganz spannend diese nachrichten sich mal anzuschauen oder durchzulesen es geht dann auch darum da wird über die fußball em in deutschland gesprochen kann man sich vorstellen wie darüber berichtet wird aber was ich spannend finde man beschäftigt sich mit frankreich und gerade was eben die europawahlen oder durch die europawahlen ausgelösten vorgezogenen parlamentswahlen im land angeht denn macron hatte ja im eifer des gefechts neu wahlen ausgerufen weil er abgeschmiert ist und hier heißt es in der regierung wird die entscheidung macrons war bank zu spielen als verrat angesehen und man sucht im stillen nach einem neuen job da die chancen den alten zu behalten gering sind es gibt viele probleme dort riesiges haushaltsdefizit staatsverschuldung die doppelt so hoch ist wie die eu erlaubt eine menge von migranten dann die ruinöse olympiade wird hier aufgezählt und die schmutzige säen also die russen sind natürlich auch begabt darin wirklich alle probleme da in eine leiste zu bringen bettwanzen steht da alles arbeitet heißt es in diesem kurzfristigen wahlkampf gegen die regierung und natürlich marine le pen mit ihrer rechts orientierten partei die sind in jüngsten umfragen ganz vorne 38 prozent der befragten wollen einen sieg der rechten das wird schwer für herrn macron beziehungsweise kann man gespannt sein wie die dinge für frankreich sich auswirken die parlamentswahlen werden am 4 juli sein nee das ist das falsche datum ist es werde ich gleich noch mal nachliefern andreas wie ordnest du das ein naja also macron hat jetzt verloren das ist ziemlich klar nur hat er natürlich auch eine geschichte durch holland letztendlich noch mit übernommen durch diese minsker vereinbarungen und so weiter die ja auch zu den krieg geführt haben weil frankreich und england und deutschland ja ein falsches spiel gespielt haben gegenüber russland sie haben ja gelogen und betrogen durch die minsker vereinbarung das spielt eine ganz große rolle und dadurch sind natürlich viele ökonomische prozesse auch nach hinten losgegangen denn daraus kam der krieg daraus kam die sanktionen und daraus eben halt die entsprechenden negativ strukturen in der ökonomie in europa und jetzt müssen sie alle tragen die verantwortung und wenn das da so deutlich beschrieben wird die olympiade und all die dinge alleine das datum wenn es heißt die staatsverschuldung ist doppelt so hoch wie sie sein dürfte das heißt sie dürfte maximal 60 prozent vom brutto inlandsprodukt sein weil man immer von fünf prozent wirtschaftswachstum ausgeht was natürlich auch absurd das daran zeigt sieht man schon wieder was dafür dilettanten in der planung alleine schon beim euro gesessen haben und die haben mittlerweile eine 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 staatsschuldenquote von über 120 prozent in 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 frankreich und das sind auch noch geschönte zahlen das heißt also doppelt so hoch das sind eigentlich staatsbankrott zahlen und wir können das sehen und drehen wie man will die menschen glauben zwar noch alles läuft ja noch weil da sind ja keine bomben in die häuser gefallen und die fabriken stehen alle noch und alle fragen sich moment mal wo ist denn hier eine wirtschaftskrise ist doch die bäcker haben immer noch brötchen bis die leute irgendwann mal verstehen dass so viel geld im umlauf ist das hat nämlich alles was mit der inflation zu tun und solange die leute nicht verstehen wie viel geld im umlauf ist dass das geld irgendwann so viel ist dass das einzelne keinen wert mehr hat weil geld ist ja ein knappes gut und wenn das eben halt nicht mehr knapp ist sondern expandiert und zwar unkontrolliert ist irgendwann der wert null und wenn der punkt verstanden wird ist das spiel mit einem schnipp aus und die 120 prozent vom brutto inlandsprodukt schaden schuldenquote in frankreich ist genau ein solches datum die das beschreibt also die wahlen in frankreich sind für den 30 juni und 7 juli angesetzt und es heißt dass viele wirtschaftsführer verunsichert sind viele investoren viele unternehmer und man weiß nicht in welche zukunft frankreich jetzt schlittert es gibt vorschläge zum beispiel aus der rechten ecke dass die rentenreform die durchgesetzt wurde von macron rückgängig gemacht werden soll das hat natürlich besonders viele wirtschaftsführer verunsichert das heißt frankreich andreas im moment im blindflug naja also wir sehen ja das ist das klassische phänomen wenn wir sehen dass ein land in solche schwierigkeiten kommt und zwar an allen kanten braucht es ablenkungsmanöver macron hat am deutlichsten argumentiert er will sofort soldaten französische soldaten in die ukraine schicken das heißt das was jetzt übrig bleibt ist irgendwann nicht die wahrheit zu sagen und den menschen zu helfen sondern europa in ein chaos zu stürzen und das sind genau diese kriegsvorbereitungen die zurzeit laufen und was wir jetzt brauchen ist tatsächlich einen kühlen kopf nicht in panik zu geraten sondern eben darauf zu bauen dass andere leute noch einmal in die macht kommen die dieses system nämlich diese diese wirklichen kriegerischen auseinandersetzungen sehr wohl verhindern können weil es wird keiner mehr gewinnen selbst die initiatoren werden nicht mehr gewinnen weil ein solcher krieg eben auch ein großes finale wäre für einen großen teil der menschheit und das erkennen auch viele mehr immer mehr und es wird auch über großbritannien berichtet in diesen russischen nachrichten premier sunak der wird wahrscheinlich auch zurücktreten denn am 4 juli sind parlamentswahlen sein rücktritt heißt es wird für den fünften juli erwartet und damit geht die ära der sogenannten konservativen in großbritannien zu ende mit einer bilanz die hier aufgezählt wird chaos in öffentlichen finanzen kollabierendes gesundheitssystem inflation gigantische schulden der kommunen und so weiter andreas wobei herr sunak sich ja schon in der letzten zeit vom klimaschutz von diesen ganzen regeln etwas abgewandt herausgezogen hat und gesagt hat jetzt müssen wir uns erstmal doch wieder um die menschen kümmern denn diese ganzen klimagesetze zerstören unsere wirtschaft hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem wechsel zu tun naja man gibt natürlich immer wieder zuckerbrot und peitsche um die menschen wie eine billiard kugel zu spielen hin und her damit sie gar nicht in die eigenen gedanken kommen und man gibt dann wieder so ganz kurz dass man mal die züge locker lässt und hat das gefühl jetzt tun sie mal wieder was für uns und am strich gesehen beschreiben wir hier das ergebnis einer verfehlten sanktionspolitik einer verfehlten geldpolitik einer verfehlten inflationspolitik und des gesamtsystems des verzinsten geldsystems und der eigentumsökonomie eigentlich das was wir im plan b beschreiben wir versuchen jetzt in den aktuellen gegebenheiten immer die ursache zu finden die ursache sind sind alle systemisch bedingt und das sehen wir hier in aller klarheit spannend ist dass nigel farage wohl wieder auf der matte ist das ist ja ein ganz prominenter brexit aktivist mit seiner reform partei und der ist der scheut sich ja auch nicht vor der britischen presse das zu sagen was er denkt hat schon ganz unangenehme dinge live in der bbc gesagt und da genau bei der bbc sagte farage jetzt im jahr 2014 stand ich im europäischen parlament auf und sagte es wird krieg in der ukraine geben warum habe ich das gesagt es war mir klar dass die erweiterung der nato und der eu diesem mann einen grund geben würde dem russischen volk zu sagen sie kommen wieder zu uns ich ziehe in den krieg der westen hat russland provoziert und dieser nigel farage der hat jetzt wohl ganz erfolgreiche aussichten einzusteigen in die oppositionspolitik eine wichtige vielleicht sogar die wichtigste oppositionskraft im britischen parlament zu werden da wird es hoch hergehen ja also nigel farage wusste natürlich im jahre 2014 dass der krieg bereits läuft da sind ja schon bomben gefallen und er wusste natürlich auch dass der gewählte präsident durch einen putsch weggejagt wurde und eingesetzt wurde durch einen willfährigen präsidenten der gesagt hat okay ich bin für die nato und da brauchte man nur eins und eins zusammenzählen und nigel farage der kann das natürlich und dadurch dass er auch ein bisschen den bösen kopf spielt im rahmen des systems hat er sich das natürlich auch getraut zu sagen das war eine punktlandung und das war auch richtig und der wird jetzt natürlich auch wieder nach vorne kommen aber auch erst ein parteienvertreter und das ist auch wieder eine systemische frage das ist immer wieder mal links mal rechts mal links mal rechts und die zeit läuft und keiner fasst die eigentlichen ursachen an habe es auf jeden fall schon mal eine richtige richtung ja dann steht in dieser woche an dass nato generalsekretär stoltenberg zurücktritt und wer wird ihn beerben der ehemalige niederländische premierminister rütte der ist ja dauergast beim weff bei herrn schwab in der schweiz in davos und der wird jetzt dieses amt übernehmen und das wird natürlich spannend werden wir sich in dieser aufgabe macht vor allem die mainstream medien steuern ja auch doch immer mehr in die richtung dass wenn im november in den usa gewählt werden wird dass donald trump sehr gute chancen haben könnte während ja joe biden im moment ja auf ihn gibt es ein abgesang und er wird wahrscheinlich ausgetauscht insider sagen hillary clinton wird es dann aber die frage wird natürlich auch sein wie wird der nato genera der neue nato generalsekretär dann mit dem neuen us-präsidenten klarkommen können also man muss dazu sagen wir kann man wieder ganz deutlich erkennen wie korruption funktioniert und zwar die systemische korruption die man einordnen kann wenn jemand in einer partei ist und dann zum beispiel premierminister war von den niederlanden und man wusste ganz genau okay wenn ich jetzt rausfliege im rahmen der nächsten wahl wartet schon ein neuer job auf mich und dafür gibt es solche unternehmen wie das wef das world economic forum das ist ja ein milliardärsklub die man dann eben halt auch mit guten geldern ausgestattet dazu bringt solche niederländischen premierminister auch in ihren entscheidungen zu beeinflussen weil sie damit natürlich auch die sicherheit haben dass wenn sie rausfliegen dann anschließend nicht brotlos zu sein das hat übrigens alice weidel sehr sehr gut von der afd gesagt ich hatte übrigens in der letzten sendung gesagt oder in der vorletzten dass frau weidel bei goldman sachs war und damit und da nie stellung zugenommen hat das war ein fehler das möchte ich noch mal gleich korrigieren bei der gelegenheit ich habe nämlich eine korrektur gefunden und sie hat ganz deutlich gesagt ja sie war da damals direkt nach dem studium als analystin hat diese arbeiten nicht gemacht und hat dann ganz deutlich genau die korruptionssysteme von goldman sachs in einer ganz deutlich davon abgegrenzt aus meiner sicht glaubhaft und das möchte ich an der stelle auch noch mal gesagt haben aber wir sehen hier trotzdem noch mal das problem eben halt der korruption von premierminister die dann eben plötzlich nato sekretär werden ich meine man muss immer fragen was befähigt ihn eigentlich dafür außer vielleicht die figur optisch auszufüllen wenn an ein mikrofon steht und das buffet eröffnet ja es gibt dann noch eine meldung wo habe ich die denn gefunden bei der bild die bild zitiert den ungarischen regierungschef viktor orban der zieht ordentlich über deutschland her und vielleicht hat er ja auch einigen grund dazu er sagt deutschland sehe heute nicht mehr so aus wie vor zehn jahren das hat der letzten freitag bei einem berlin besuch gesagt nachdem er bundeskanzler olav scholz getroffen hat und was ist der grund für diesen wechsel warum ist deutschland nicht mehr deutschland die migration die sieht er als grund und die zitate die haben es schon in sich andreas so ein bisschen was hatte ich von dir in den letzten tagen auch gehört original sagt orban vor allem geschmack und geruch deutschlands hätten sich verändert wörtlich sagte es schmeckt nicht mehr wie früher es riecht nicht mehr wie früher dieses ganze deutschland ist nicht mehr das deutschland dass unsere großeltern und eltern uns als beispiel genannt haben frühere generationen hätten zu ihren kindern gesagt sohn wenn du fleißige leute sehen willst dann gehen nach deutschland wenn du gut organisierte arbeit in deutschland sehen willst wenn du ordnung sehen willst dann geht dorthin wo es ordnung gibt nun sei deutschland hingegen eine bunte veränderte multikulturelle welt in der migranten nicht länger gäste sein das ist eine sehr große veränderung sagt orban und es gehe nicht länger darum dass die deutschen migranten aufnehmen würden sondern dass linksgerichtete regierungen im schnellverfahren die staatsbürgerschaft gewähren familienzusammenführung was auch immer hunderttausende von menschen und wer dann die staatsbürgerschaft erhalte der werde teil der deutschen nationalität und er schließt das mit einem wörtlichen zitat ab sie sind also nicht als gäste der einheimischen deutschen hier sondern mit eigenem recht es ist jetzt auch ihr land es wird sogar immer mehr zu ihrem land das ist es was ich sehe sagte orban und warnte vor allen möglichen auswirkungen in deutschland sei nun ein spezifisches kulturelles milieu entstanden also ich hoffe dass orban noch ein langes leben hat denn er ist wirklich einer der brillantesten denker die wir kennen und er bringt es immer so wunderbar auf den punkt ich habe das gerade hier noch mal geguckt hier orban in einem radio interview das hat er übrigens auch gesagt zu dem thema zu dem thema der ukrainischen des ukrainischen krieges hat er gesagt das sterben überlässt man den ukrainern im krieg in der ukraine wollen die gleichen politischen kräfte des westens unter der führung der usa russland besiegen ohne selbst unmittelbar in den krieg involviert zu sein den krieg zu führen überlässt man den ukrainern der westen sehe im ukraine krieg eine chance russland zu schwächen und zu besiegen wofür enorme menschen opfer ukrainische soldaten in kauf genommen werden der kommentar dazu dass es die moderne art der kriegsführung man lässt andere kämpfen und genau hier haben wir eine weitere kriegsführung das passt nämlich aus meiner sicht sehr gut dass hier quasi eine landübernahme stattfindet das heißt gäste die kommen übernehmen mein haus ich lade meine gäste ein die mich hier besuchen zu einer party und die sagen können wir ein bisschen länger bleiben und ich sage ja und irgendwann sage ich so jetzt wird es aber mal zeit vielleicht ist ja irgendwann auch mal die zeit um wo man zurückgeht und stattdessen kommen immer noch mehr gäste nach nämlich bekannte von dem gast und irgendwann bekomme ich ein zimmer zugewiesen in dem ich noch zu leben habe und die mittlerweile mein haus komplett übernommen haben und das bringt orban natürlich hier in diesen worten sauber auf den punkt er hat dann noch gesagt dass im gegensatz zu deutschland er für ungarn schon 2015 die entscheidung getroffen hat in seinem land keine flüchtlinge willkommen zu heißen damit meint er natürlich angela merkel und ihre öffnung der grenzen und er sagt es gibt fehler in der politik die korrigiert werden können sei es in der außenpolitik oder in wirtschaftsfragen wenn die politik aber in der migrationspolitik scheitert kann man es nicht mehr rückgängig machen richtig und jetzt kommt eins dadurch dass das ein deutsches medium beschrieben hat gehe ich mal davon aus dass es auch nicht so übersetzt wurde wie es gesagt hat dass er keine flüchtlinge willkommen heißt sondern migranten und einwanderer wird er gesagt haben vermute ich mal er wird den begriff flüchtlinge nicht genutzt haben denn flüchtlinge muss er aufnehmen nach der genfer flüchtlingskonvention und ich bin sicher dass er orban nicht gegen das völkerrecht verstößt das ist ein ganz wichtiger punkt das heißt wenn hier von flüchtlingen gesprochen wird ist da natürlich schon so ein ton mit drin eine eine tendenziöse grundhaltung nach dem motto der will also nicht helfen und das hat damit eben nichts zu tun andreas ich möchte zur nächsten meldung kommen es ist ich finde alles so spannend was man besprechen und beleuchten kann aber wir müssen weiter ziehen in die nächste meldung apollo news die berichten gerade dass immer mehr investoren abrücken von gehebelten schulden finanzierten investitionen da eine verschuldungskrise droht wegen dauerhaft hoher zinsen und das ganze läuft unter der überschrift risiko von zahlungsausfällen bei privaten krediten nimmt in europa drastisch zu heißt das dass jetzt eine weitere abbruchbirne losgeht die das bankenwesen schwer belastet ja das bankensystem natürlich wirklich auch zerstören wird jetzt das ganze dilemma deutlich in dem die zum untergang verurteilten banken stecken was übrigens natürlich auch die privaten anleger schwer treffen wird ich bin froh dass du das thema hier noch mal mit rein nimmst ja also durch das lange extrem niedrige zinsniveau mussten die banken ja kredite vergeben ohne wirkliche profite zu machen hat man sich immer gefragt wie funktioniert das auch die profite brauchen die banken aber auch und jetzt eigentlich müssten doch die gewinne wieder sprudeln wenn die kredite teurer werden denn die höheren zinsen sind ja auch ein höherer gewinn für die banken oder eine völlig logische frage aber das ist eben halt nur eine seite der medaille wenn die bonität so nennt man die zahlungsfähigkeitsprüfung der kreditnehmer wenn diese zahlungsfähigkeit die bonität des kreditnehmers gut ist dann macht man natürlich zukünftig auch mehr gewinn weil die können ja zahlen aber das gilt ja nur für die neuen kreditverträge die abgeschlossen werden und haben wir noch sehr viele alte laufende verträge mit niedrigen zinsen zum beispiel bei hypotheken also bei immobilienfinanzierung die haben ja laufzeiten von zehn jahren und mehr und da sind jetzt noch die niedrigen zinsen drin das heißt die bekommen noch nicht die hohen zinsen die sie jetzt aufgrund des höheren zinsniveaus bei neu verträgen jetzt bekommen würden und erst wenn diese zins festschreibungen ablaufen dann wird der zins zum beispiel von ein prozent hypothekenzins auf fünf prozent pro jahr erhöht dann wird natürlich auch allein die monatliche rate für den kreditnehmer zum beispiel bei einer hausfinanzierung massiv steigen und die frage ist kann er das dann überhaupt noch und das sind auch ausfälle kannst du das meinen zahlen ausdrücken also nehme mal an jemand hat jetzt zu immobilien hochpreisen eine hypothek von 400.000 euro aufgenommen wie wirkt sich das auf seine kosten aus ja machen wir das beispiel nehmen wir mal jemand zahlt zurzeit ein prozent zinsen an die bank für den kredit also die zinsen noch mal zur erklärung das ist ja die leihgebühr für den kredit dafür leiht man sich dafür muss man geld bezahlen und er zahlt zu den ein prozent zinsen noch mal zwei prozent tilgung das ist also die rückzahlung der schulden dann kommen also nach dem jetzigen oder dem alten zinsniveau drei prozent belastung zustande ein prozent zinsen zwei prozent tilgung wenn also drei prozent von 400.000 schulden das wären dann zwölftausend euro die der kunde da berappen müsste oder der würde tausend euro finanzierungskosten für sein haus im monat haben mit den niedrigen zinsen wenn aber nun der zins steigt auf fünf prozent und die tilgung bleibt bei zwei dann steigt die belastung ja auf insgesamt sieben prozent und das sind dann eben halt keine zwölftausend euro mehr im jahr die er zahlen muss sondern 28.000 im jahr oder 2300 euro im monat und diese mehr als verdoppelung der finanzierungskosten sind dann für viele bürger die jetzt gerade ihre auslaufenden finanzierungen haben und dann neue verhandeln müssen mit höheren zinsen das können die nicht mehr stemmen und dazu kommen dann natürlich noch die fallenden immobilienpreise dazu und das wird aus meiner sicht noch einige jahre weiterlaufen und das führt wiederum dazu dass viele finanzierungen so nennt man das notleidend werden und dann zwangsversteigerung zunehmen was dann zu noch tieferen preisen der immobilien führt weil mit immobilien der markt überflutet wird und aus sicht der banken besteht nun die gefahr dass der erlös aus diesen zwangsverwertungen dann nicht mehr ausreicht um die schulden zu decken das heißt die banken müssen dann forderungen abschreiben und das ist das worum es hier geht dass die banken in großen schwierigkeiten jetzt sind es geht in dem artikel aber um private zahlungsausfälle im rahmen von krediten weil immer weniger investoren über fremdkapital finanzierte investitionen tätigen man meint damit ja wahrscheinlich sogenannte hebelgeschäfte ja diese hebelgeschäfte das ist so eine weitere absolut aus meiner sicht kranke spielart der gier an den märkten aber es geht ja nicht um moral auch wenn durch diese art der sogenannten leverage geschäfte so nennt man das die massenarmut der welt beschleunigt wird da machen halt alle mit also das heißt man nimmt kredite auf um damit zum beispiel in aktien oder wettscheinen auf aktien zu setzen richtig das sind so das sind so genannte optionen exakt also nehmen wir mal ein beispiel jemand hat 10.000 euro und bietet die als sicherheit einer investmentbank für einen kredit dann nimmt er noch mal 40.000 als kredit auf und jetzt investiert er nun diese 50.000 euro in spekulation also davon sind 10.000 eigenes geld und 40.000 gepumpt auf schulden nun hofft man dass man in diesem casino spiel was man da betreibt mehr gewinne machen kann als der kreditanteil an zinsen kostet wenn nun aber die zinsen steigen dann kann das spiel nach hinten losgehen plötzlich kostet der kredit mehr und gleichzeitig geraten auch die spekulationsanlagen wie zum beispiel aktien beteiligungen in schwierigkeiten weil ja diese unternehmen in die man dort investiert ist ja auch die müssen ja auch höhere zinskosten bezahlen denn die unternehmen haben ja oft kredite laufen müssen die zinsen zahlen das ist eine sehr vereinfachte darstellung und sogenannte experten die ich auch oft als zocker bezeichne die würden jetzt einwenden dass man ja auch auf fallende kurse wetten kann also zu deutsch man investiert quasi in unternehmen und hofft dass sie im besten fall pleite gehen ich finde das alles ziemlich absurd da wird auch die ganze perversion des finanzmarktes gegenüber den arbeitenden menschen deutlich genau und am ende verlieren nämlich genau noch diese arbeitenden fleißigen bürger ihre gelder die sie im vertrauen bei der bank angelegt haben es ist wirklich verwerflich ja du wirst ja ein weiteres webinar anbieten wie man sich als ehrlicher mensch vor den verlusten schützen kann die ja eigentlich relativ verantwortungslose zocker verursachen andreas ich möchte noch mal am ende dieser sendung auf eine ganz aktuelle meldung der bild kommen da heißt es in der überschrift da geht es nämlich um die finanzen in deutschland also es werden ja ganz viele sondervermögen gefordert 400 milliarden hat mir über darüber gesprochen letzte woche jetzt heißt es es gibt bei der ampel einen harten zusammenprall was die schuldenbremse angeht mächtige abgeordnete rebellieren der schuldenstreit in der ampel eskaliert und es gibt einen aufstand innerhalb der spd gegen den kanzler gegen olav scholz denn christian lindner fdp finanzminister der hatte ja gefordert bei den laufenden haushaltsverhandlungen die einhaltung der schuldenbremse die zentrale forderung von lindner lautet bei diesen verhandlungen kein neuer bundeshaushalt auf pump die neue spd-initiative aber ist auch eben ein aufstand gegen scholz position der verteidigte auch das geplante sparen im haushalt hat er im sommerinterview in der ard gesagt und sagt wir müssen mit dem geld auskommen dass wir haben daran führt nun mal kein weg vorbei aber die vize fraktionschefs matthias mirsch und dirk wiese auch innenexpertin dorothea martin fordern die schuldenbremse müsse aufgeweicht werden es müsse jetzt ausnahmeregeln geben für neue schulden also da kocht es ziemlich kann man das lösen was wäre denn deine empfehlung also erst mal ist es so die spd hat sich herausgestellt über die gesamte laufzeit als runzen dämlich was finanzpolitik anbelangt entschuldigung bitte aber das fing an mit einem helmut schmidt der ja hoch gehalten wird der die staatsverschuldung erst nötig gemacht wurde es gab vorher den finanzminister schiller anfang der 70er jahre und der ist zu matthöfer ist glaube ich sogar zurückgetreten und hat gesagt ich kann eine solche unseriöse geschichte nicht machen diese verschuldenspolitik und dann wurde dann herr schmidt helmut schmidt kanzler damals und der hatte da eben keine skrupeln und hat dann diese staatsverschuldung erst in gang gesetzt ist auch den meisten überhaupt nicht klar auch wenn das sehr unbeliebt ist diese meinung jetzt und wir haben jetzt eine situation dass sie jetzt anfangen und sagen ja wir brauchen jetzt eine besondere situation weil wir eben halt eine lage haben die besonders prekär ist und wenn wir eine lage haben die gut ist dann wird sie nie genutzt um schulden zurückzuzahlen sondern da sagt man wir müssen noch mehr raus haben hauen weil wir eben halt ja weil es uns ja so gut geht die spd politik ist eigentlich immer eine politik gegen die einfache bevölkerung und die kommende generation und das ist auch eine der grundlagen warum so viele kriege entstehen müssen immer wieder vermeintlich zumindest müssen weil dies diese geldpolitik immer auf kosten anderer stattfindet man gibt nicht das geld aus was man hat sondern das was man irgendwann mal vor hat zu verdienen obwohl man gar nicht weiß ob es jemals kommen wird da gibt es auch viele privatpersonen die so hantieren ja gut es wird sich ja eines tages sowieso dann rächen in dem die weichen ja schon lange gestellt wurden in richtung niedergang das heißt es gibt auch keine empfehlung im moment in für deutschland andreas bei die karre ist im dreck deutschland hat eigentlich nur eine möglichkeit tatsächlich jetzt sich zu verschulden bis der arzt kommt und das geld möglichst auszugeben um damit straßen zu bauen die schienenverkehre wieder zu machen sinnvolle dinge zu machen von mir aus kernkraftwerke zu bauen kohlekraftwerke zu formen zu bauen also echte regenerative energien das könnte man zum beispiel machen denn wenn der staat in bankrott geht sind diejenigen die keine schulden haben die gelackmeierten staaten die keine schulden haben bei einer bei einem staatsbankrott bei allen staaten die bankrott gehen oder einer kernschmelze des finanzsystems denn ist das geldsystem plötzlich weg aber dadurch schmelzen die straßen nicht dadurch schmelzen auch die schienennetze nicht die sind dann gemacht nein das system ist definitiv in dieser systematik was das geld anbelangt am ende das ist auch nicht rettbar es gibt auch keinen der glaubt dass man es retten kann sondern es geht nur um den verzögerungsprozess bis es kracht und wenn dieser punkt aber erreicht ist wo man nicht mehr zurück kann dann kann man sagen okay jetzt die ganz große party aber auch dazu braucht man wieder intelligente menschen die vernünftigerweise dann auch vernünftig mit dem geld umgehen dass die nachfolgenden generationen was davon haben dankeschön für diese einordnung also schulden machen bis der arzt kommt hast du gesagt das wäre das beste allerdings um es sinnvoll einzusetzen gilt das auch für die bürger nein das gilt natürlich nicht für die bürger weil solange das system noch läuft also schulden machen bis der arzt kommt das ist jetzt zu kurz zusammengefasst wenn ich das so gesagt habe in anbetracht der tatsache ja ja in anbetracht der tatsache dass das system so kaputt und nicht mehr reparabel ist ist das die einzige möglichkeit die eigentlich nur noch bleibt aber das kann man wenn man das so offen sagt natürlich nicht als grundlage nehmen denn dann wäre das system ja sofort am ende wenn man damit rausgehen würde dann würde ja jeder sagen okay das geld system ist aufgegeben worden jetzt sagen wir schulden machen bis der arzt kommt und dann ist es sofort zu ende das heißt man muss das natürlich schon geschickter machen und das macht aber die spd in diesem fall nicht die haben einfach nur absolut keine ahnung und das über ihre gesamte parteigeschichte durch auch eindrucksvoll bewiesen wie wenig sie von diesem system verstehen und ich wollte auf etwas anderes hinaus nämlich es kann leicht missverständlich klingen für jeden der hier zuhört wenn andreas pop sagt ja schulden machen bis der arzt kommt gilt das auch für den bürger nein auf gar keinen fall auf gar keinen fall denn wir wissen nicht wie lange man dieses system noch aufrecht erhält mit irgendwelchen ablenkungsmanöver noch mehr kriege oder noch mehr viren die man dann erfindet oder was auch immer auf keinen fall das sind die systeme die nur der staat machen kann nicht dass das falsch rüberkommt gut dass du es noch mal klärst nein der bürger sollte schulden frei sein schön dann war das ein tolles schlusswort das heißt weil ansonsten wenn zu viele schulden da wären was passieren könnte der staat würde die schulden dann natürlich beziehungsweise die banken würden die schulden dann natürlich einfordern wenn das system kaputt ist dann ist der staat schuldenfrei niemals die bürger das wäre ja eine art währungsreform in einer währungsreform werden die schulden immer mehr viele leute glauben dass wenn eine währungsreform kommt und die schulden gestrichen werden dass die privaten schulden gestrichen werden es gut dass du es noch mal sagst es sind nur die staatsschulden die gestrichen werden und zwar auf kosten der privaten schuldner deren dagegen nämlich deren schulden aufgewertet werden mehr werden also wenn einer ein kredit laufen hat ist nach der währungsreform der kredit höher als vor der währungsreform genau das muss man wissen darauf kam es mir jetzt auch zum schluss noch mal an weil das sind ja fragen das haben wir immer wieder in den webinaren früher in den seminaren gehört dass die die schulden hatten ganz zufrieden guckten und sagten wenn es dann kippt und so weiter dann bin ich die schulden los das gegenteil ist der fall genau es gibt leute die sagen ich kaufe mir jetzt ein haus und da laufen auch wirklich irgendwelche halbseitenden berater rum treppenterrier die dann sagen ja da kauft ihr mal eine schöne immobilie machst du schön schulden und dann kommt die währungsreform dann sind die schulden weg und die hütte bleibt nein die hütte bleibt aber die gehört dir dann nicht mehr und die schulden bleiben auch und die gehören dir nach wie vor noch aber wesentlich höher als vorher du wohnst wirst in einer mietwohnung und zahlst ein haus ab im prinzip wo jetzt ein anderer drin wohnt das ist die realität das ist sehr gut dass du es noch mal so klar am ende gesagt hast damit keine missverständnisse aufkommen ja man kann es auch sehr schnell in der situation dass man dann zu viel voraussetzt weil wenn man so in den themen drin ist dann kann es schon mal sein dass man dann da wirklich steht und dinge voraussetzt und dann kommt es in die fall ich bin dankbar dafür dass du die frage stellst wirklich sehr wichtig ja ich danke dir lieber andreas ich lasse dich jetzt wieder in ruhe wir lassen dich deiner wege ziehen und freuen uns schon wenn wir ich weiß wenn wir nächsten montag dann wieder gemeinsam so der himmel das alles erlaubt das ist ja immer die voraussetzung das ist ganz wichtig dass wir bei all den geschehnissen den himmel nicht vergessen und in der demut sind denn gerade das hat man früher viel oft gesagt wir sehen uns dann und dann nach der reise wieder so gott will und so ist es ja auch man kann nicht einfach monopolistisch davon ausgehen dass alles immer auf der eigenen seite ist und alles so funktioniert wie man das plant wir müssen in die demut wir müssen erkennen dass wir in den naturgesetzen in den kennenlernen sollten das war ein schönes schlusswort dann wiederhören ich wünsche euch alles liebe und ganz liebe grüße und ich freue mich und hoffen dass ich bald wieder zu hause bin ihr lieben wir hören uns zum abend gebet bis schau